Bismillahirrahmanirrahim Surah 10 Jonah Im Namen Allah, des Alabamas, des Barmherzigen, Aleph Lam Ra, dies sind die Verse des vollkommenen Buches. Scheint es den Menschen so verwunderlich, dass wir einen Mann aus ihrer Mitte eingegeben haben, warne die Menschen und verkünde die frohe Botschaft denjenigen, die da glauben, dass sie einen wirklichen Rang bei ihrem Herrn innehaben werden. Die Ungläubigen sagen, wahrlich, das ist ein offenkundiger Zauberer. Wahrlich, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich alsdann seinem Reich hoheitsvoll zuwandte. Er sorgt für alles. Es gibt keinen Fürsprecher, es sei denn mit seiner Erlaubnis. Dies ist Allah, euer Herr, so betet ihn an. Wollt ihr euch denn nicht ermahnen lassen? Zu ihm werdet ihr alle heimkehren. Dies ist die Verheißung Allahs in Wahrheit. Er bringt die Schöpfung hervor, dann lässt er sie wiederholen, auf dass er jene, die glauben und gute Werke tun, nach Billigkeit belohne. Denen aber, die ungläubig sind, wird ein Trunk siedenden Wassers zuteil werden und schmerzliche Strafe, weil sie ungläubig waren. Er ist es, der die Sonne zur Helligkeit und den Mond zu einem Licht machte und ihm Stationen zuwies, damit ihr die Anzahl der Jahre und die Berechnung der Zeit beherrschen könnt. Allah hat dies nicht anders als in gerechter und sinnvoller Übereinstimmung erschaffen. Er legt die Zeichen für die Leute, da die Wissen besitzen. Wahrlich, in dem Wechsel von Nacht und Tag und in allem, was Allah in den Himmeln und auf der Erde erschaffen hat, sind Zeichen für gottesfürchtige Leute. Die aber, die nicht mit der Begegnung mit uns rechnen und mit dem diesseitigen Leben zufrieden sind und sich darauf verlassen und unsere Zeichen nicht beachten, diese sind es, deren Herberge das Feuer ist, um dessen Willen, was sie sich erworben haben. Jene jedoch, die der Glauben und gute Werke tun, wird ihr Herr um ihres Glaubens willen leiten. Wäsche werden unter ihnen in den Gärten der Wonne fließen. Ihr Ruf dort wird sein, preis dir, o Allah, und ihr Gruß dort wird Frieden sein. Und zuletzt werden sie rufen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und wenn Allah den Menschen das Unheil so eilig zukommen ließe, wie sie es mit dem Guten eilig haben, so wäre ihre Lebensfrist schon zu Ende. Und so lassen wir die, welche nicht mit der Begegnung mit uns rechnen, in ihrer Widersetzlichkeit verblenden. Und wenn den Menschen ein Schaden trifft, ruft er uns an, ob er nun auf der Seite liegt oder sitzt oder steht. Haben wir aber den Schaden von ihm genommen, dann geht er seines Weges, als hätte er uns nie um die Befreiung vom Schaden, der ihn getroffen hat, angerufen. Also zeigt sich den Maßlosen das in schönem Licht, was sie begangen haben. Und wir vernichteten die Geschlechter vor euch, als sie frevelten. Denn zu ihnen kamen ihre Gesandten mit deutlichen Zeichen. Sie aber wollten nicht glauben. Also vergelten wir dies der verbrecherischen Schar. Danach machten wir euch zu ihren Nachfolgern auf der Erde, auf das wir schauten, wie ihr handeln würdet. Und wenn ihnen unsere deutlichen Verse verlesen werden, sagen jene, die nicht mit der Begegnung mit uns rechnen, bring einen Koran, der anders ist als dieser, oder ändere ihn. Sprich, es steht mir nicht zu, ihn aus eigenem Antrieb zu ändern. Ich folge nur dem, was mir offenbart wurde. Ich fürchte, falls ich meinem Herrn ungehorsam bin, die Strafe eines gewaltigen Tages. Sprich, hätte Allah es gewollt, so hätte ich ihn euch nicht verlesen, noch hätte er ihn euch kundgetan. Ich habe doch wahrlich ein Menschenalter unter euch gelebt, bevor der Koran da war. Wollt ihr denn nicht begreifen? Wer ist wohl ungerechter als jener, der eine Lüge gegen Allah erdichtet, oder seine Zeichen für Lüge erklärt? Wahrlich, die Verbrecher haben keinen Erfolg. Sie verehren statt Allah das, was ihnen weder Schaden noch nützen kann. Und sie sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Sprich, wollt ihr Allah von etwas Nachricht geben, was ihm in den Himmeln oder auf der Erde unbekannt ist? Gepriesen sei er, und hoch erhaben ist er über das, was sie ihm zur Seite stellen. Die Menschen waren einst nur eine einzige Gemeinde, dann aber wurden sie uneins. Und wäre nicht ein Wort von deinem Herrn vorausgegangen, wäre zwischen ihnen bereits über das, worüber sie uneins waren, entschieden worden. Und sie sagen, warum ist nicht ein Zeichen zu ihm von seinem Herrn herabgesandt worden? Und wenn wir die Menschen Barmherzigkeit erleben lassen, nachdem Unheil sie getroffen hat, siehe, dann beginnen sie wieder, gegen unsere Zeichen Pläne zu schmieden. Sprich, Allah schmiedet die Pläne schneller. Unsere Boten schreiben wahrlich alles nieder, was ihr an Plänen schmiedet. Er ist es, der euch zu Lande und zur See Wege bereitet, bis das, wenn ihr an Bord der Schiffe seid und diese mit ihnen, den Passagieren, bei gutem Wind dahin segeln und sich darüber freuen, ein Sturm sie plötzlich erfasst und die Wogen von allen Seiten über sie zusammenschlagen. Und sie meinen schon, sie seien rings umschlossen, da rufen sie Allah in vollem aufrichtigen Glauben an. Wenn du uns aus diesem Sturm errettest, so werden wir sicherlich unter den Dankwaren sein. Doch wenn er sie dann errettet hat, siehe, schon beginnen sie wieder, ohne Berechtigung auf Erden Gewalt zu verüben. O ihr Menschen, eure Gewalttat richtet sich nur gegen euch selbst. Genießt die Gaben des diesseitigen Lebens. Zu uns solltet ihr dann heimkehren, dann werden wir euch verkünden, was ihr getan habt. Das Gleichnis des irdischen Lebens ist nur wie das Wasser, das wir aus den Wolken herabsenden. Damit vermischen sich dann die Gewächse der Erde, wovon Mensch und Vieh sich nähren. Bis zu ihr, wenn die Erde ihren Prunk angelegt und sich schön geschmuckt hat, und ihre Bewohner glauben, sie hätten Macht über sie, unser Befehl in der Nacht oder am Tage kommt und wir sie zu einem niedergemähten Acker machen, als wäre sie nicht am Tage zuvor gediehen. Also machen wir die Zeichen für die Leute klar, die nachdenken. Und Allah lädt ein zum Haus des Friedens und leitet, wen er will, zum geraden Weg. Denen, die Gutes tun, soll das Beste zuteil sein und noch mehr. Weder Betrübnis noch Schmach soll ihre Gesichter bedecken. Sie sind die Bewohner des Paradieses, darin werden sie auf ewig verweilen. Für diejenigen aber, die böse Taten begangen haben, ist eine Strafe in gleichem Ausmaße, die dem der bösen Taten bereitet. Schmach wird sie bedecken, keinen Schutz werden sie vor Allah haben, und es soll so sein, als ob ihre Gesichter mit Fetzen einer finsteren Nacht bedeckt wären. Sie sind die Bewohner des Feuers, darin werden sie auf ewig bleiben. Und Gedenke des Tages, da wir sie versammeln werden, allzu mal. Dann werden wir zu denen, die Götzen anbeten, sprechen. An eurem Platz, ihr und eure Teilhaber. Dann scheiden wir sie voneinander und ihre Teilhaber werden sagen, nicht uns habt ihr angebetet. Allah genügt als Zeuge gegen uns und euch. Wir haben wahrhaft nichts von eurer Anbetung gewusst. Dort erfährt jede Seele, was sie an Taten vorausgeschickt hat. Und sie werden zu Allah, ihrem wahren Herrn, zurückgebracht. Und das, was sie zu Erdichten pflegten, wird ihnen entschwunden sein. Sprich, wer versorgt euch vom Himmel her und aus der Erde? Oder wer ist es, der Gewalt über die Ohren und die Augen hat? Und wer bringt das Lebendige aus den Toten hervor und das Tote aus dem Lebendigen? Und wer sorgt für alle Dinge? Die werden sagen, Allah. So sprich, wollt ihr nicht fürchten? Das ist Allah, euer wahrer Herr. Was sollte also nach der Wahrheit übrig bleiben als der Irrtum? Wie lasst ihr euch abwenden? Und so hat sich das Wort deines Herrn gegen die Empörer bewahrheitet, nämlich, dass sie nicht glauben. Sprich, ist unter euren Teilhabern etwa einer, der eine Schöpfung hervorbringt und sie dann wiederholen lässt? Sprich, Allah ist es, der die Schöpfung hervorbringt und sie wiederholen lässt. Wohin also lasst ihr euch abwenden? Sprich, ist unter euren Teilhabern etwa einer, der zur Wahrheit leitet? Sprich, Allah ist es, der zur Wahrheit leitet. Ist nun der, der zur Wahrheit leitet, nicht der Gefolgschaft würdiger als der, der den Weg nicht zu finden vermag? Es sei denn, er wird selbst geleitet? Was fehlt euch also? Wie urteilt ihr nur? Und die meisten von ihnen folgen bloß einer Vermutung. Doch eine Vermutung nützt nichts gegenüber der Wahrheit. Siehe, Allah weiß recht wohl, was sie tun. Und dieser Koran hätte nicht ersonnen werden können, außer durch Allah. Vielmehr ist er eine Bestätigung dessen, was ihm vorausging, und eine ausführliche Erklärung der Schrift. Darüber herrscht kein Zweifel vom Herrn der Welten. Oder wollen sie etwa sagen, er hat ihn erdichtet? Sprich, bringt denn eine Sura gleiche Art hervor und ruft, wen ihr nur könnt, außer Allah, wenn ihr wahrhaftig seid. Nein, aber sie haben das geleugnet, was sie an Wissen nicht umfassen konnten, und ebenso wenig zugänglich war ihnen seine Deutung. Ebenso leugneten auch jene, die vor ihnen waren. Doch siehe, wie das Ende der Ungerechten war. Unter ihnen sind solche, die daran glauben, und andere, die nicht daran glauben. Und dein Herr kennt jene wohl, die Verderben stiften. Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so sprich, für mich ist mein Werk, und für euch ist euer Werk. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was ich tue, und ich bin nicht verantwortlich für das, was ihr tut. Und unter ihnen sind solche, die dir zuhören, aber kannst du die Tauben hörend machen, obwohl sie nicht begreifen? Und unter ihnen sind solche, die auf dich schauen, aber kannst du den Blinden den Weg weisen, obwohl sie nicht sehen? Wahrlich, Allah fügt den Menschen kein Unrecht zu, die Menschen aber begehen Unrecht gegen sich selbst. Und an dem Tage, an dem er sie vor sich versammelt, kommt es ihnen so vor, als hätten sie nur eine Stunde an einem Tag auf Erden verweilt. Sie werden einander erkennen. Verloren, wahrlich, haben jene, die die Begegnung mit Allah leugneten und nicht rechtgeleitet waren. Und ob wir dir einige Dinge zeigen, die wir ihnen angedroht haben, oder ob wir die sterben lassen, zu uns werden sie dann heimkehren. Hernach ist Allah Zeuge all dessen, was sie tun. Und für jede Nation ist ein Gesandter bestimmt. Wenn also ihr Gesandter kommt, so wird zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden und kein Unrecht widerfährt ihnen. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen verwirklicht werden, wenn ihr wahrhaftig seid? Sprich, ich vermag mir selber weder zu schaden noch zu nutzen, es sei denn, Allah will es. Jeder Gemeinschaft ist eine Frist bestimmt. Und wenn ihre Frist um ist, so können sie nicht hinter ihr eine Stunde zurückbleiben, noch können sie ihr vorausgehen. Sprich, was meint ihr, wenn seine Strafe über euch kommt, bei Nacht oder bei Tage, wie werden die Verbrecher sich ihr entziehen? Wollt ihr erst dann an sie glauben, wenn sie eintrifft? Wie, jetzt? Und doch wolltet ihr sie beschleunigen. Dann wird zu den Ungerechten gesagt werden, kostet nun die Strafe der Ewigkeit. Erhaltet ihr denn etwa anderes als das, wofür ihr vorgesorgt habt? Und sie fragen dich, ist das die Wahrheit? Sprich, ja, bei meinem Herrn. Es ist ganz gewiss die Wahrheit, und ihr könnt es nicht verhindern. Und wenn eine jede Seele, die Unrecht begangen hat, alles besäße, was auf Erden ist, würde sie versuchen, sich damit von der Strafe loszukaufen. Und sie werden Reue empfinden, wenn sie sehen, wie die Strafe über sie kommt. Und es wird zwischen ihnen in Gerechtigkeit entschieden werden, und sie sollen kein Unrecht erleiden. Wisset, Allahs ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist. Wisset, Allahs Verheizung ist wahr, doch die meisten von ihnen wissen es nicht. Er macht lebendig und lässt sterben, und zu ihm kehrt ihr zurück. O ihr Menschen, nunmehr ist von eurem Herrn eine Ermahnung zu euch gekommen und eine Heilung für das, was euch in eurer Brust bewegt, und eine Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Sprich, über die Gnade Allahs und über seine Barmherzigkeit, darüber sollen sie sich nun freuen. Das ist besser als das, was sie anhäufen. Sprich, habt ihr das betrachtet, was Allah euch an Nahrung herabgesandt hat, woraus ihr aber etwas Verbotenes und Erlaubtes gemacht habt? Sprich, hat Allah euch das gestattet, oder erdichtet ihr Lügen gegen Allah? Was meinen wohl jene, die Lügen gegen Allah erdichten, vom Tage der Auferstehung? Wahrlich, Allah ist gnadenvoll gegen die Menschen, jedoch die meisten von ihnen sind nicht dankbar. Du unternimmst nichts, und du verliest von diesem Buch keinen Teil des Koran, und ihr begeht keine Tat, ohne dass wir eure Zeugen sind, wenn ihr damit vollauf beschäftigt seid. Und auch nicht das Gewicht eines Stäubchens auf Erden oder im Himmel ist vor deinem Herrn verborgen, und es gibt nichts, weder etwas Kleineres als dies, noch etwas Größeres, das nicht in einem Buche voller Klarheit stünde. Wisset, dass über Allahs Schützlinge keine Furcht kommen wird, noch sollen sie traurig sein. Diejenigen, die da glauben und rechtschaffen sind, für sie ist die Frohbotschaft im diesseitigen Leben so wie im Jenseits bestimmt. Unabänderlich sind Allahs Worte, das ist wahrlich der gewaltige Gewinn. Und sei nicht betrübt über ihre Rede, alle Erhabenheit gebührt Allah allein. Er ist der Allhörende, der Allwissende. Wisset, dass Allahs ist, wer immer in den Himmeln und wer immer auf der Erde ist. Und diejenigen, die da andere außer Allah anrufen, folgen nicht diesen Teilhabern. Sie folgen nur einem Wahn, und sie vermuten nur. Er ist es, der die Nacht für euch gemacht hat, auch dass ihr in ihr ruht und den Tag voll von Licht wahrlich ihren liegenden Zeichen für die Leute, die hören können. Sie sagen, Allah hat sich einen Sohn genommen, gepriesen sei er. Er ist der sich selbst Genügende. Sein ist, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Ihr habt keinen Beweis hierfür. Wollt ihr von Allah etwas behaupten, was ihr nicht wisset? Sprich, jene, die eine Lüge gegen Allah erdichten, werden keinen Erfolg haben. Eine Weile Genuss in dieser Welt, dann werden sie zu uns heimkehren. Dann werden wir sie die strenge Strafe dafür kosten lassen, dass sie ungläubig waren. Und verließ ihnen die Geschichte von Noah, als er zu seinem Volke sagte, O mein Volk, wenn mein Rang und meine Ermahnung durch die Zeichen Allahs für euch unerträglich sind, so setze ich mein Vertrauen in Allah. So beschließt nur eure Angelegenheiten und versammelt eure Teilhaber und belasst euer Plan nicht im Verborgenen, sondern handelt gegen mich und gebt mir keine Wartezeit. Kehrt ihr mir aber den Rücken, so habe ich von euch keinen Lohn verlangt. Mein Lohn ist allein bei Allah. Und mir wurde befohlen, zu den Gottergebenen zu gehören. Doch sie beziehstigten ihn der Lüge. Darum retteten wir ihn und die, die bei ihm im Schiff waren. Und wir machten sie zu den Nachfolgern der Menschen, während wir jene ertrinken ließen, die unsere Zeichen für Lügen hielten. Schau also, wie das Ende derer war, die gewarnt worden waren. Dann schickten wir nach ihm Gesandte jeden zu seinem Volk und sie brachten ihnen klare Beweise. Allein sie wollten unmöglich an das glauben, was sie zuvor verleugnet hatten. So versiegeln wir die Herzen der Übertreter. Dann schickten wir nach ihnen Moses und Aaron mit unseren Zeichen zu Pharao und seinen Vornehmen. Sie aber waren hochmütig und sie waren ein verbrecherisches Volk. Als nun die Wahrheit von uns zu ihnen kam, da sagten sie, das ist gewiss ein offenkundiger Zauber. Moses sagte, sagt ihr solches von der Wahrheit, nachdem sie zu euch gekommen ist, ist das Zauberei und die Zauberer haben niemals Erfolg. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, um uns von dem abzulenken, was wir bei unseren Vätern vorfanden und wollt ihr beide die Oberhand im Lande haben? Wir aber wollen euch nicht glauben. Da sagte Pharao, bringt mir einen jeden kündigen Zauberer herbei. Als nun die Zauberer kamen, sagte Moses zu ihnen, werft, was ihr zu werfen habt. Als sie dann geworfen hatten, sagte Moses, was ihr gebracht habt, ist Zauberei. Allah wird es sicher zunichte machen, denn wahrlich, Allah lässt das Werk der Verderbenstifter nicht gedeihen. Und Allah stärkt die Wahrheit durch seine Worte, auch wenn es die Verbrecher verwünschen. Und niemand bekannte sich zu Moses, bis auf einige junge Menschen aus seinem Volk, voller Furcht vor Pharao und seinen Vornehmen. Er, Pharao, würde sie verfolgen. Und in der Tat war Pharao ein Tyrann im Land. Und wahrlich, er war einer der Maßlosen. Und Moses sagte, O mein Volk, habt ihr an Allah geglaubt, so vertraut nun auf ihn, wenn ihr euch ihm wirklich ergeben habt. Sie sagten, auf Allah vertrauen wir. Unser Herr, mache uns nicht zu einer Versuchung für das Volk der Ungerechten. Und er rette uns durch deine Barmherzigkeit von dem Volke der Ungläubigen. Und wir gaben Moses und seinem Bruder ein, nehmt in Ägypten einige Häuser für euer Volk und macht sie zur Vergegnungsstätte und verrichtet das Gebet. Und weiter, verkündet den Gläubigen die Frohbotschaft. Und Moses sagte, unser Herr, du gabst die Pracht sowie die Reichtümer im diesseitigen Leben dem Pharao und seinen Vornehmen. Unser Herr, damit sie von deinem Weg abhalten. Unser Herr, zerstöre ihre Reichtümer und triff ihre Herzen, sodass sie nicht glauben, ehe sie die schmerzliche Strafe erleben. Er sprach, euer Gebet ist erhöht. Seid ihr beide denn aufrichtigt und folgt nicht dem Weg derer, die unwissend sind. Und wir führten die Kinder Israels durch das Meer und Pharao mit seinen Herrscharen verfolgte sie widerrechtlich und feindlich. Bis er nahe daran war, zu ertrinken und sagte, ich glaube, dass kein Gott ist als der, an den die Kinder Israels glauben und ich gehöre nun zu den Gottergebenen. Wie, jetzt, wo du bisher ungehorsam und einer derer warst, die Unheil stifteten? Nun wollen wir dich heute dem Leibe nach erretten, auf dass du ein Beweis für diejenigen seist, die nach dir kommen. Und es gibt sicher viele Menschen, die unsere Zeichen keine Beachtung schenken. Wahrlich, wir bereiteten den Kindern Israels ein wahrhaftig sicheres Dasein und versorgten sie mit guten Dingen und sie waren nicht eher uneins, als bis das Wissen zu ihnen kam. Wahrlich, am Tage der Auferstehung wird dein Herr zwischen ihnen darüber entscheiden, worüber sie uneins waren. Und falls du im Zweifel über das bist, was wir zu dir niedersandten, so frage diejenigen, die vor dir die Schrift gelesen haben. Wahrlich, die Wahrheit ist von deinem Herrn zu dir gekommen, sei also nicht einer der Zweifler. Und gehöre auch nicht zu jenen, die Allahs Zeichen für Lüge halten, da du sonst einer der Verlierenden sein wirst. Wahrlich, diejenigen, gegen die das Wort deines Herrn ergangen ist, werden nicht gläubig sein. Auch wenn zu ihnen irgendein Zeichen käme, bis sie die schmerzliche Strafe sehen. Gab es denn kein Volk außer dem Volke Jonas, das so glauben konnte, dass ihnen ihr Glaube etwas genutzt hätte? Als sie glaubten, dann nahmen wir die Strafe der Schande in diesem Leben von ihnen fort und versorgten sie auf eine beschränkte Zeit. Und hätte dein Herr es gewollt, so hätten alle, die insgesamt auf der Erde sind, geglaubt. Willst du also die Menschen dazu zwingen, Gläubige zu werden? Und er lässt seinen Zorn auf jene herab, die ihre Vernunft dazu nicht gebrauchen wollen. Sprich, schaut doch, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Aber den Leuten, die nicht glauben, helfen die Zeichen und die Warnungen nicht. Was erwarten sie denn anderes als die Tage jener, die vor ihnen dahin gegangen sind? Sprich, wartet denn, und ich warte mit euch. Dann werden wir unsere Gesandten und jene, die da glauben, erretten. Also obliegt es uns, die Gläubigen zu retten. Sprich, O ihr Menschen, wenn ihr über meine Religion im Zweifel seid, dann wisset, ich verehre nicht die, welche ihr statt Allah verehrt, sondern ich verehre Allah allein, der euch abberufen wird, und mir wurde befohlen, einer der Gläubigen zu sein. Und mir wurde befohlen, richte dein Antlitz auf die einzig wahre Religion und sei nicht einer der Götzendiener. Und rufe nicht statt Allah etwas anderes an, das dir weder nützt noch schadet. Tätest du es, dann wärest du gewiss unter den Ungerechten. Und wenn dich Allah mit einem Übel treffen will, so gibt es keinen, der es hinwegnehmen kann, außer ihm. Und wenn er dir etwas Gutes erweisen will, so gibt es keinen, der seine Gnade verhindern kann. Er lässt sie unter seinen Dienern zukommen, wem er will, und er ist der Allverzeihende, der Barmherzige. Sprich, O ihr Menschen, nun ist die Wahrheit von eurem Herrn zu euch gekommen. Wer nun dem Rechten Weg folgt, der folge ihm allein, zum Heil seiner eigenen Seele. Und wer in die Irre geht, der geht nur zu seinem eigenen Schaden irre. Und ich bin nicht euer Hüter. Und folge dem, was dir offenbart wurde, und sei geduldig, bis Allah richtet, denn er ist der beste Richter.